Schon hart. Was? Na, dass du so ein Dorfmädel bist. Nach neun Jahren. Mensch, mir macht mein Job auch nicht jeden Tag Spaß. Stefan, ich bin schwanger. Du bist Papa. Was hast du... Was hast du einfach so, ohne mich da vorher mal zu fragen? Ich hab selbst erst heute erfahren. Ohne mich da auch nur am geringsten einzuplanen. Es war ein Unfall. Ja, na gehst du einfach mal dahin und schmeißt deinen Job. Sag mal, spinnst du? Ich war's nicht, die gesagt hat, dass mich die Pille zu dick macht. Das ist doch jetzt überhaupt nicht das Thema. Gibt's da irgendwelche Möglichkeiten noch, dass man... Ich will dieses Kind. Schluss aus. Ich will das. 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 sicher. Hast du mich deswegen versetzt? Was? Was? Ob du mich deswegen am Flughafen versetzt hast? Was? Nein, ich hab dich angerufen, weil ich wollte, dass du mich abholst. Untertitelung des ZDF, 2020